Krypto zur Karte zu CashFT. Das ist meine Karte, meine NFTs. Die erste Kryptokarte der Welt, die Ihnen regelmäßige NFTs als Rewards anbietet. Coole Designs, hohe Limits, persönlicher Concierge-Service, eigene IBAN oder Swift-Konten. Immer wieder coole NFTs und tolle Empfehlungsprämien. All das verbindet Ihre persönliche CashFT-Kryptokart. Sie fragen sich natürlich, welche NFTs Sie hier bekommen können. Nun, einfach die Newcomer, die Geheimtipps und auch die Bluechips. Wollen Sie wissen, wie genau? Dann nehmen Sie sich drei Minuten Zeit und hören Sie mir zu. Ich bin Jordan Cash4 und jetzt verkaufe ich Ihnen unsere CashFT-Kart. Denn Stifte können Sie an jeder Ecke kaufen, aber Ihre CashFT-Kart bekommen Sie nur bei mir. Was Sie tun müssen Erstens, holen Sie sich Gymnet-Token. Staken Sie für einen attraktiven Zins und erhalten Sie Dollarerträge aus den NFT-Reflektionen. Zweitens, wählen Sie Ihre CashFT-Kart. Drittens, holen Sie sich Ihre ersten NFTs in Form von Metaverse-Land oder Metaverse-Land und Metaverse-Miner direkt auf CashFT-Island. Das ist so cool. Viertens, erhalten Sie regelmäßig noch mehr Land auf CashFT-Island. Nehmen Sie außerdem an coolen NFT-Verlosungen teil, bei denen Sie die heißesten NFTs der Branche gewinnen können, wie CryptoPunks, Doodles und mehr. Okay, was kann man mit CashFT-Land alles machen? Das ist so cool. Sie können hier Metaverse-Miner platzieren, um reguläre Gymnet-Token als Rewards zu erhalten. Dieses Land hat Zukunft, sage ich Ihnen. Sie können es nur hier kaufen, denn dieses Land ist nur in Verbindung mit der CashFT-Kart erhältlich. Exklusiv. ICOs und Startups werden hier in Zukunft an Bord sein. Und damit Sie Ihr Projekt auf CashFT-Island präsentieren können, müssen Sie Land auf CashFT-Island mieten. Und jetzt raten Sie mal, wer einen großen Teil der Miete kassieren wird. Sie, die sich das Land gesichert haben. Hey, und eine weitere Mehrheit wird in den sogenannten Buy and Burn des Gymnet-Tokens fließen. So wird auch Ihr Stacking-Konto unterstützt. Also, kurz und bündig. Sie bestellen Ihre CashFT-Kart und erhalten einen attraktiven Zins- sowie Dollarerträge aus den NFT-Reflektionen. Sie erhalten sofort Land oder Land und Miner auf CashFT-Island, was mehr wert ist, als Sie für die Karte ausgegeben haben. Sie erhalten regelmäßig mehr Land auf CashFT-Island. Sie nehmen an coolen NFT-Verlosungen teil. Sie erhalten eine Werbemiete, wenn ein ICO oder Startup sein Projekt auf CashFT-Island auf Ihrem Land präsentieren möchte. Und es gibt auch ein attraktives Empfehlungsmodell. Nun, mein Freund, klingt das fair für Sie? Dann möchte ich noch erwähnen, dass es ein zusätzliches System gibt, um Provisionen für Empfehlungen zu verdienen. Für alle gültigen Transaktionen, die ein Mitglied mit der CashFT-Kart tätigt. Und noch eine Sache. CashFT-Island-Land ist begrenzt. Also, besser gleich bestellen. Sonst bekommen Sie am Ende einen Stift und keine Karte. Ihr Jordan